Ah, ok. Verstanden. Sachen im Lager verstauen? Gibt Punkte? Bin entsetzt! Du kriegst ja für alles mögliche Punkte. Du hast ein gutes Leben gefühlt. Hier hast du Punkte. Nee. Nix. Aber ich gucke gleich mal, dass mein Zicket aussieht. Überall drüber. So, vielleicht soll ich mal ne Angel machen. Ah, ich mag nicht immer ne Angel. Gibt's irgendwie noch andere Sachen, die man da machen kann? Warum nervt mich das Spiel mit? Oh, was willst du da nur tun? Mhm. 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 No use. Also das Hemd brauch ich nicht mehr. Ich weiß noch, eine Austauschschülerin aus Italien ist mit uns nach Japan geflogen. Und als dann die... ...die Leute vom Store, die Leute im Laden... ...Irashai-Masee gesagt haben zur Begrüßung... ...hat sie auch Irashai-Masee zur Begrüßung gesagt. ...was total verwirrend war. Wir kommen in unserem Laden. Ja, wir kommen in unserem Laden. Was? Oh, oh, den Käfer will ich. Slow, steady, weg, weg, weg. Ah, ah, ah. Ein Sandlaufkäfer. Hm, hm, hm. Hm. Hat was auf ne Insel zu wohnen. Trip, trip. Muss ich sowas von ändern. Man kann bis in die Puppen pennen und keiner nörgelt. Okay. Das sieht aus. Stefan ist gerade unterwegs. Stefan ist diese... ...macho Figur da. Ach Gott, wie sieht der denn aus? Rauchen Sie. Ja. Ja. Was sind denn meine Aufgaben? Geil. Gieß Blumen. Das gibt... Es gibt einen Meilen. Gefällt mir. Bastete Sachen, oder? Fehlt mir noch eine. Kann noch ein paar Sachen verkaufen. Zwei. Glaub ich. Zwei. Halbwegs. Ein Ding. Hm? Asså! Ja, kommt schon. Ich bin so ein Blumenkind. Ich wünschte, ich könnte diese kleinen Luki fangen und ihn mal zu Hause einsperren. Ich denke, ich habe auch noch ein Blumen. Ja, Bäume fällen würde ich gerne machen. Schönen guten Tag, wie geht's? Ähm, gut. Ich fange das Spiel gerade nochmal an. Ich glaube, es ist mein dritter Tag. Und ich habe immer noch keine Axt. Das geht mir sehr auf den Sack. Ich meine, das stört mich sehr. Naja, aber dafür kann man ja andere Sachen immer noch machen. Ich habe irgendwas anderes noch gekriegt. Flugengiezer. Gefällt mir. Man wird für alles belohnt. So wäre es gerne im echten Leben. Sprechpinkler. Hier sind 200 Euro. Was? Okay. Oh, oh, oh. Ich kann das abschliessen. Oh, oh, oh. ...un allen Dingen, die es jetzt sein muss. Gatcha! Bitte seine Axt. Und hier Zimmertisch! Ein... Die ganzen Hirn sind ja weg. Okay, ich denke wir können jetzt mal wegreisen, beziehungsweise... Warte mal. Ein paar Sachen muss ich noch herstellen. Oh, ich krieg bestimmt eine Belohnung dafür, dass ich mein erstes Ding abgeschossen hab. Oder zumindest den Hinweis darauf, dass ich das erste abgeschossen hab. Eine Sache noch herstellen und dann ist gut. Wir kommen wieder an den Kescher. Jetzt kommen wir auch immer Eisen, Herz dazu nötig ist. Einmal mag ich es nicht. Wir machen wieder an den Kescher. Wir machen auch immer Eisenherz dazu nötig ist. normalen so schön so schön